Kapitel 6 Unerwartete Ereignisse Teil 1 Tod und Leben Jennifer Cortez Sie erwachte aus der Bewusstlosigkeit. Weiß. Der Raum war komplett in weiß gestaltet. Weißer Boden, weiße Decke und weiße Wände. Eine glänzende graue Tür. Jennifer merkte, dass sie ebenfalls in einem weißen Bett lag. Miss Cortez Neben ihrem Bett stand ein Mann in weißem Kittel. Sie nickte kurz, der Mann fuhr fort. Wir haben sie gefunden. Der Sprungantrieb ihres Schiffes hat sie hierher gebracht. Als wir an Bord kamen, waren sie ohnmächtig. Zur Vorsorge haben wir sie hierher gebracht. Doch sie sind in Ordnung. Jennifer öffnete den Mund, schloss ihn wieder und öffnete ihn erneut. Was? Wo bin ich hier? Und wo ist mein Schiff? Wie lange? Der Mann lächelte. Sie sind im Militärkrankenhaus auf Argon Prime. Die Freya steht oben auf dem Landeplatz des Hospitals. Wir haben sie vor etwa einem Tersura hergebracht. Einem Tag, meine ich. Der medizinische Scanner hat nichts Schlimmes gefunden, aber trotzdem. Fühlen Sie irgendwelche Schmerzen? Jennifer schluckte. Dann schüttelte sie den Kopf. Der Arzt erklärte ihr, dass sie jetzt schon gehen dürfte. Er beschrieb ihr den Weg zum Landeplatz auf dem Dach. Jennifer bedankte sich und machte sich auf den Weg dorthin. Sie ging durch einige Flure und fuhr mit dem Fahrstuhl teladianischer Bauweise auf das Dach. Dort angekommen, blickte sie gen Himmel. Kein Orbitalring. Wie ungewöhnlich. Ein unangenehmes Gefühl machte sich in Jennifer breit. Doch dann sah sie etwas, das sie aufheiterte. Es gab zwar keinen großen Ring um den Planeten, doch die gewaltige Schiffswerft erinnerte sie an den Mars. Plötzlich veränderte sich jedoch das Bild vor ihren Augen. Helle Punkte tanzten um die Schiffswerft herum. Dann ein plötzliches Aufblitzen, Dort, wo einige Sekunden noch die Werft gewesen war, strahlte ein Feuerball den Planeten an. Sie hörte ein Summen. Erst leise, dann wurde es immer lauter. Ein Knall und dann noch einer. Langsam bewegte Jennifer ihren Kopf in die Richtung der Geräusche. Rostbraune Körper kamen aus der Richtung des Horizonts und feuerten Energieladungen auf dem Boden ab. Die meisten Gebäude schützten sich mit Energieschilden, doch an einigen Stellen flammten Explosionen auf. Jennifer rannte los. Glücklicherweise war der Generator der Freya nicht komplett abgeschaltet worden. Die Piloten hatten sich entscheidend mit den Schiffssystemen ausgekannt. Mit einigen Schritten erreichte sie das Cockpit ihres Raumschiffes und startete die Triebwerke. Ein Blitzstart war die Folge. Hinter sich beobachtete sie, wie einige argonische Jäger aufstiegen und die Sreb-Schiffe unter Beschuss nahmen. Doch die Ergonen waren in der Unterzahl. Jennifer verlor den Kampf unter sich aus den Augen und geriet in die Schlacht über der Freya. Ein bedrohliches Summen schreckte sie hoch. Sie stellte das Schiff auf Autopiloten und ging in den hinteren Teil des Schiffes. Dort lag nach wie vor der CPU-Kern der abgestürzten AGI. Sie hob ihn auf und ließ ihn vor Schreck beinahe wieder fallen. Der Kern vibrierte. Ein heller Lichtblitz erinnerte sie an das Geschehen außerhalb ihres Schiffes. Sie ging zurück zu der Hauptkonsole, den AGI-Kern immer noch in ihren Händen. Der Bordcomputer bemühte sich um die Erhaltung des Schiffes. Mit wilden Drehungen, Rollen und Geschwindigkeitsveränderungen entgingen die Freya den meisten Schüssen. Gezählte Energiepfeile eliminierten näher kommende Raketen. Dennoch waren die Schilde mittlerweile auf weniger als 10% und Plasma leckte über die Hülle. Jennifer beobachtete, wie ein Jäger direkt über sie hinwegflog. Ein weiterer explodierte schräg vor ihr. Die linke Seitengöndel eines Repp-Zerstörers wurde abgesprengt. Dann tarnten sich die Angreifer und flohen aus dem Gefecht. Die Seitengöndel jedoch schrammte hart über die Trimmer der Werft, zerstörte einige der Jäger und zerbrach schließlich in der Explosions-Schockwelle einer Corvette. Ein kleines Trimmerstück, nicht viel größer als eine Kampfdrohne, schoss direkt auf die Freya zu, durchlöcherte den Schild und schlug schließlich in die Hülle ein. In dem Hecksegment des Raumschiffes bildete sich ein Riss. Jennifer schluckte. Ganz langsam stand sie auf und suchte nach dem Reparatur-Kit. Schweiß lief ihr über die Stirn, als sich der Riss knackend vergrößerte und schließlich zu einem Loch ausweitete. Dann brach ein relativ großes Stück aus der Hülle und sorgte für ein Vakuum im Schiff. Für einen kurzen Moment fragte sich Jennifer, wieso sie den dämlichen AGI-Kern eigentlich immer noch in den Händen hielt. Dann umschlossen sie die gnadenlosen Tiefen des Alls. Deck für Deck arbeitete sich der Rettungstrupp vor. Glücklicherweise waren die Sicherheitsshots sofort heruntergegangen und verhinderten das Entweichen der Bordatmosphäre. Nun marschierte ein zehnköpfiger Rettungstrupp mit Nopilius an der Spitze durch das Innere des Ethno-Hauptquartiers. Die Energieversorgung war schon zu großen Teilen wiederhergestellt. Die Beleuchtung war aktiv, Fahrstühle fuhren, Sensoren lieferten Daten und sogar der Asteroidenschild konnte aktiviert werden. Unzählige Reparaturroboter des CPU-Schiffes DEEC bauten aus Trümmerteilen neue Außenwände und reparierten die Systeme. Doch es gab immer noch einige Decks, die vollständig von der Außenwelt abgeschnitten waren. Energieleitungen waren zerrissen, zerschmolzen oder geborsten, Lifter aus ihren Verankerungen gerissen und Schotts so verbogen, dass man sie selbst mit der Notenergie kaum noch öffnen konnte. Und so marschierten zehn in Raumanzüge gehüllte Teladi durch die eisige Kälte, verschlossen kleine Risse und retteten die glücklichen Überlebenden, die es zu anderen Raumanzügen oder hermetisch abgeriegelten Räumen geschafft hatten. Speziell eingerichtete Notkammern hatten dafür gesorgt, dass es nur weniger Opfer gab. Sie durchbrachen gerade ein weiteres Schott. Während der Techniker des Teams an der Energieleitung herumwerkelte, durchleuchtete Nopilios das letzte Deck der Station. Es war eigentlich die zentrale Etage, auf der das Kabinett seine Büros hatte. Doch die meisten wichtigen Persönlichkeiten weilten auf dem Planeten. Lediglich Illyrios war bei dem Angriff noch auf der Station gewesen. Nopilios watschelte hastig zu dem Schott und öffnete es manuell. Sofort schloss sich der Helm seines Raumanzugs. Im Büro war keine Atmosphäre mehr enthalten. Nun ging auch das Licht an. Der Techniker hatte gute Arbeit geleistet. Schnell fand sich der Grund für die Dekompression. Ein nahezu winziges Loch in der Außenhaut der Station. Das Büro wirkte nahezu, wie Nopilios es in Erinnerung hatte. Lediglich eine heruntergestürzte Deckenplatte störte den Gesamteindruck. Nopilios hob ein schmales PDA auf, das auf dem Boden lag. Split-Technologie. Nopilios schreckte hoch. Was macht ein PDA der Split hier auf der Station? Ihm kam eine böse Vorahnung. Mittlerweile stießen auch die anderen neun Mitglieder des Trupps zu ihm. Gemeinsam durchsuchten sie das Büro, fanden jedoch nichts, was auf dem Verbleib von Illyrios schließen ließ. Nopilios blickte nach oben. An der blassgrünen Decke fehlte ein großes Stück, wo die Platte herausgebrochen war. Er setzte einen vorsichtigen Schritt auf das Deckensegment, das schräg auf dem Boden lag. Mit etwas Fantasie erkannte man eine Art Treppe. Nopilios machte einen weiteren Schritt. Die Platte hielt definitiv. Nach vier Schritten hatte Nopilios die Treppe erklommen und blickte in den kleinen Hohlraum über der Decke. Dort lag, genau wie er erwartet hatte, Illyrios in einem viel zu großen Raumanzug. Nopilios schaute auf die Anzeigen des Anzugs. Illyrios war am Leben, jedoch bewusstlos. Vermutlich war er in die für Teladi übliche Schutzkatalepsie gefallen.